Moin Leute und willkommen zum vierten Part von Watch Dogs 1 Leider habe ich es nicht geschafft in den ersten drei Parts Mit dem Mikrofon hatte ich glaube ich ein bisschen Probleme und dass die Musik und alles war zu laut Und jetzt habe ich meine kurze Hand einfach an das Auto geschlappt Und jetzt hoffen wir nochmal, dass wir es endlich mal annehmen können Dann wollen wir mal Akt 1, schlicht und einfach Und was glaub ich mir da läuft? Der Klemmflitzer hier Entschuldigung Die Chicago Police hat einen nächtlichen Eindruck in einer Produktionsanlage vereinflusst Einer der Einbrecher starb auf Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan, suchen jetzt nach Verdächtigem Jetzt ist er wieder woanders Okay Ein CTOS-Scan ist da wo das Feld ist Okay Verfolgung Hängen Sie die Pulse ab, indem Sie sich Kontakt unterbrechen Suchen Verlassen Sie den grauen Suchbereich und verstecken sich weit bis der Trainer abgelaufen ist Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan Scheiße Ich weiß nicht Alle Einheiten aufgepasst, LF beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigem Vielleicht bin ich schon vor der Wettbewerse An alle Einheiten CTOS-Scan initiiert Scheiße Scheiße Geht schon Ja komm schon An alle Einheiten CTOS-Scan initiiert Ja Oh, was für ein leises Out Unter hinten vergisst sich jemand Ich hoffe du hast eine Einladung sonst bist du tot Ich bin der Fahrer Scheiße Mann, was hat so lange gedauert Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt Nein Meine Regeln dein Auto Das ist der Job Also gut Mann, komm, wir müssen Hoffentlich ist er nett Boah, das Auto sah aber auch schon einiges abbekommen Unauffällig fahren Such Wie die, wie sie suchende Gegner entkommen Verlassen sie Suchgebiete Unbemerkt Sie können auch Mit dem F in ein Park In ein Auto verstecken Achtung auf kurze Distanz Können Gegner die Sie und ihr Auto trotzdem erkennen Tönen sie aufs Gaspedal Wenn ihr Auto wieder Um ihr Auto zu starten Es ist alles schief gelaufen Eddie ist tot Ich hab ihn da liegen lassen Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts So eine Schatze Folge einfach der Strecke Und halt die Augen offen Die Bullen suchen uns Deine Strecke ist Selbstmord Setz still und halt den Mund Halt dich an den Plan Ich weiß was ich tue Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot Halt den Kopf wohl Leitstelle Wir kümmern uns um die Gassen Und versuchen ihn rauszutreiben Verstanden Alle Brücken der Umgebung sind oben Außer Wells Aber da kommt gleich Verstärkung rein Sehr schön Also wie lautet der Plan? Sprich mit mir Du musst mich beruhigen Die ganze Insel ist dicht Wir bleiben in den Seiten Parkhäuser Immer außer Sicht Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle Erhältst du dich ruhig Dann sind wir ein gepacktes Auto Verstanden? Ja, ja Okay Schau's Meine Hände hören dich doch zu zittern Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? Zu viele Na komm mal, sprich mit mir Ich flipp gleich aus Vielleicht, vielleicht leben die noch, hm? Wer wurde im Bauch getroffen? Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen Wenn die Kugel nicht durchgehen Wird das Kugel sind voll auf der Rat Ich schwöre schnell Hör mal Die Cops werden antworten worden Also wird dein Freund Sicher ins Krankenhaus diskutiert Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf Dich hier rauszubringen Oh fuck man Die sagten ja du wärst gut Geschafft Die inzwischen durch noch abgreifen Und dann Wohin 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 Hör mal Wohin Jungs G environments Ich habe keine ahnung Was passiert es Das sollte gar keiner sein Ich meine das ist eine Computerfabrik oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los Die Bullen waren so schnell da Ich habe nichts Ruhig jetzt Es ist vorbei so Wenigstens habe ich es stimmt Darum gehts doch Genau darum geht es tatsächlich So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in einer. Das ist gut. Sehr gut. Gut, Herr. Diese alten Säcke. Sag deinem Arbeitgeber, ich ruf wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Alter. Dieser Quinn ist wirklich ruhig. Er führt in Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. So, was kommt jetzt? Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheiß Club? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Veraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Spielfortschrift. Das Smartphone öffnen und dann sieht man's. Werden sie erforderlich aktivitäten, um die jeweils nächste Belohnung frei zu schalten? Ja, ist klar. Wir sind jetzt gerade bei 3%. Na ja, dann war's das erstmal für diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.